Ja, hi und ein herzliches Willkommen zu einer kleinen Vertretungsstunde heute. Da Zero leider krank ist und heute nichts hochladen kann, dachte ich, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt, mache ich so eine kleine Art, ja doch, kann man Vertretung nennen, und spiele heute ein klein wenig Worms Reloaded. Die ganze Schlange, die hier ist, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mich anstelle, weil ich eigentlich noch nicht so geübt darin bin, aber ich werde das jetzt eigentlich als Chance nutzen. Um zu üben, um beim nächsten Spiel gegen die Jungs etwas besser dazustehen. Also Jungs, ja, nehmt euch in Acht von mir, falls ich es hinbekomme. Ich muss auch gestehen, ich bin auch ein bisschen nervös, weil das halt kein, also keins von meinen normalen Projekten ist, weil ich normalerweise eigentlich eher Sims spiele und jetzt auch gerade ein bisschen gucken muss, was ich hier eigentlich gerade tue. Also ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt einfach nicht übel. Und zwar... Muss ich ja noch irgendwie runterkommen. Ein Dragon Ball. Cool. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, Worms Reloaded, für alle, die es jetzt eventuell nicht kennen, was ich nicht wirklich glaube, äh, das ist ein Spiel, ja, mit dem sich einfach Teams verschiedener Würmer... ...wird sagen, ja, jetzt habe ich mich natürlich wieder einmal selbst getroffen. Genau deswegen übe ich. Ähm, ja. Zwei Teams, mehr Teams, je nachdem, wie man möchte, in dem Fall zwei, die sich halt gegenseitig einfach töten wollen. Ja, ihr merkt es schon, also so wirklich Worte gefunden habt, weil ich konnte mich auch nicht wirklich vorbereiten, weil es relativ spontan war jetzt, so. Aber ich werde es schaffen, ich hoffe, ihr seid nicht so... Seid nachsichtig, bitte. Er hat sich selbst getötet. Warum tötet er sich selbst? Lass Oggi dran sein. Lass Oggi dran sein. Bitte. Yes! Oggi ist dran. Hahaha. Was hast du denn da eigentlich jetzt? Warte mal, mit was würdest du denn schießen? Ich will den Dragon Ball, ich will unbedingt den Dragon Ball ausprobieren. So, warte. Wir machen es auch noch ein bisschen nach. Ja, genau. Hä? Ähm... Okay, Mist, ich weiß nicht so richtig, wie es funktioniert jetzt so. Ich werde es einfach testen, ich werde garantiert verkackt. Und... Go! Ah. Ja! Und tschüss. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das erste Level sogar schon geschafft. Ähm... Ja, und da wir ganz viel Zeit haben, räumen wir die Straße einfach weiter auf. Okay. Hallo? Wen haben wir denn hier? Genau, ja. Mein Team greift zuerst an. Da unten... ...ist die Attrappe. Mit falschem Schnurrbart, wie man gesehen hat. Hehe. Und wir schießen mir jetzt auf jeden Fall ordentlich eins über die Rübe. Spannend. Oder ich auch einfach mir selbst. Hehe. Also ja. Aber ich bin nicht die Erste, die stirbt. So viel soll ja schon mal gesagt sein, so schlecht bin ich dann auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur die Nervosität, die mich etwas plagt. Ach ja. Herrlich. Ey. Ich hab Angst. Hehe. Er tötet mich. Das wirst du bereuen! Ach ja. Ja, ansonsten, nach meinem Kanal läuft übrigens... Ähm... Momentan hab ich vier Projekte. Hallo? Sims 1, 2 und 4. Und für alle anderen, die das nicht mögen, äh... hab ich auch am Wochenende Samstag und Sonntag. Um zwölf läuft halt regelmäßig, ähm... Warcraft 3 noch. Ja, und das war's eigentlich. Und natürlich demnächst, innerhalb der nächsten Zeit, dann Gemeinschaftsprojekte mit Zero zusammen. Genau aus dem Grund... Ja, vertrete ich ihn einfach. Ha! Oh, bin ich gut! Ich hab ihn richtig gut getroffen. Boom! Das Taxi! Hey, cool! Er ist tot! Ja, ich hab zwar jetzt kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Ey, nein, nein! Ich... Mich töten! Was machst du denn da? Äh... Ja... Okay, er hat immer noch 27 Energie. Da reinzutreffen... Ich glaube, ich muss mich, ähm... Ich opfere mich selbst, weil ich habe da noch Oggy und werfe ihm da einfach mal ganz frech eine Granate rein. Falls ich treffe, ich hoffe... Granaten da so ein bisschen nach... Na, 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 na... Ja, sehr schön. Ich hab jetzt ein bisschen gelübt, mit Granaten umzugehen und... Ich hatte eh bloß noch drei Leben. Mein Gott. Regi hat sich geopfert. Tschüss! Und... Yay! Ja, ihr seht... Ich hab meine Worms ein bisschen... personalisiert, etwas weiblicher gemacht. Einfach, weil ich's lustig fand. Und nein, das Herz hat nichts zu heißen. Nur, falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt... Nein. Bringe deinen Wurm zum Ausgang, um dieses Rätsel zu lösen. Oh Gott. Hä? Äh... Warte. Äh... Hallo? Ähm... Ähm... Kann ich mich bewegen oder nicht? Nee. Ach so. Hä? Ich würd jetzt einfach sagen, er holt mich dann hier runter, oder was? Ja, okay. Ja, genau so. Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein geiles Rätsel? Ja, ich spiel das Ganze übrigens auch blind. Also ich hab echt keine Ahnung, was mich hier erwartet, weil... Ich hab das Spiel vorher noch nie angefasst. Wir haben uns das einfach geholt, weil wir das zusammen zocken wollen. Und ich find's gerade mega lustig. Ja, mir macht das Spaß. Ich find das cool. Äh... Und du bist die richtige Person für den Job. Viel Glück. Das werde ich, glaub ich, brauchen. Polizisten. Hamburger, äh... Noch mehr Verkehr. Noch ein Taxi. Ach so. Boah, die haben ja eh viel weniger als ich. Und der hat da unten... Der steht da unten richtig gut. Riskiere ich es? Riskiere ich das. Hmm... Okay. Mal gucken, ob's ankommt. Yes! Ich glaub, es wirkt. Vor allem hat der sogar weniger Leben als ich, kann es sein. Geil, der ist mal baden geschickt. Ja. Cool. Ey! Ja. Allerdings. Der wird das so richtig bereuen. Aber so ganz komplett bereuen wirst du das. Ey! Mano! Wollte grad sagen, wollt ihr ja Duffel jetzt nochmal schießen? Glaubt ihr ja nicht. Ne, 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 ne. Äh, was hast du dieses Mal auf Lager? Ach, ich bin dran. Ähm... Komm ich da hoch? Nein, verdammt. Ich muss also irgendwas... Haha. Ja, also ich übe auf jeden Fall Granaten werfen. Weil das konnte ich bis jetzt eigentlich immer am wenigsten. Aber irgendwie... Uh! Ah, verdammt. Ja, okay. Die ging tatsächlich ausnahmsweise mal so halb daneben. Wenigstens ein bisschen... Ja, wenigstens ein bisschen Energie abgezogen. Passt schon. Das passt. So. Nein. Mit Fallschirm auch noch. Dann kannst du immer noch mehr machen. Glaubt es ja nicht. Yes, geil. Er hat sich selber mit... Bist du doof, ey. Nein, ey, weh, du ruhig... Nein, nein, nein! So. Soviel dazu. Also, äh, meine Strategie ist so ziemlich nicht vorhanden. Aber ich glaube irgendwie bei ihm auch nicht. Von daher. Ähm... Er durfte ja auch, ne? Na dann. Peggy, flieg! Flieg, Peggy, flieg! Komm, hier. Nein! Nein! Oh manno! Okay. Alles klar. Ja, genau das ist meine Art, Worms zu spielen. Oh, weh, ja. Ja, er hat's natürlich jetzt leicht, ne? Du brauchst gar nicht abhauen. Ach, du hast... Ah, okay, du hast natürlich... Ja, er hat jetzt sich gut in Sicherheit gebracht, auf jeden Fall. Weil, da wo er steht, brauche ich eine Weile, bis ich da ankomme. So. Wer bist du denn überhaupt? Hm, Namen sehe ich nicht mehr. Ähm... Nein! Ach, manno! Nein! Und jetzt... Nein, nein, nein! Nein! Manno! Fuck. Nur weil sie runtergefallen ist, ja? Ich hätte den Fall schon benutzen sollen. Nicht tot machen! Ja, siehst du, da schreit sie schon. Seri. Die Seri. Na? Oh, hab ich ein Glück. Beim nächsten Mal bist du fällig. Du bist sowas von fällig. Hallo? Na? Äh. Hm. Verständen! Ja, von da hinten natürlich, habe ich denn... Moment, was habe ich denn hier noch so lustiges? Flammenfaust. Nee, das ist ein Nahkampf. Die ist mir eigentlich... Na, wobei, ich könnte ja auch. Theoretisch kann ich ja auch mal rauszoomen. Das funktioniert übrigens ganz cool mit dem Mausrad. Und ich werde einfach mal... Mann! Ich habe den Zipfel nicht gesehen. Nein! Ja, also ich bringe mich einfach selbst um. Ich habe beschlossen, so Selbstmord ist echt eine coole Alternative. Wäre sonst auch... Wäre sonst total langweilig. Wäre sonst... Wäre sonst... Die gleiche Masche. Hallo? Boom. Oh. Aber jetzt... Verdammt. Ich wollte schon sagen, jetzt habe ich es auf jeden Fall, aber... Doch, habe ich doch. Ja, und somit... Haben wir auch dieses Kapitel geschafft. Kapitel 4 geschafft. Na, dann gucken wir uns noch das nächste an. Ja, doch. Ein bisschen Zeit haben wir noch auf jeden Fall. Na, gerade mal elf Minuten. Ist ja nix. Die feindlichen Würmer sind sehr weit oben. Setze die verfügbaren Geräte ein. Sieh zu, dass du da hochkommst. Erledige den Feind mit deinen Waffen. Viel Glück. Oh Gott. What? Oh mein Gott. Also, das Einfachste... Ist natürlich... Oh, das ist fies. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich es schaffe, mein Jetpack... ...so einzusetzen. Nein! Ich wusste es. Ja, alles klar. Soviel dazu. Dicke Luft. Ja, dicke Luft klingt gut. Und du schießt jetzt aus Langeweile einfach nur, weil du nichts zu tun hast. Oh mein Gott. Was ist das für ein Level? Was ist das für ein Spiel? Geil. Ich finde das gerade mega cool. So, ich habe... Ein paar Jetpags habe ich tatsächlich noch. Wobei, warte mal. Habe ich eigentlich einen Teleporter? Nee, das war klar. Aber ein Luftangriff. Ha. Ha, ha, ha. Bin ich doof? Nein! Mist, ich hätte sie weiter nach vorne setzen sollen. Na gut, aber immerhin. Also wenigstens so einen Luftangriff haben wir genutzt. Hm. Okay. Ich bin gespannt. Ja genau, schießt euch einfach selber ab. Das ist, äh, das macht ihr wirklich sehr, sehr gut so. Bin sehr zufrieden. Verstanden! Ähm, ja, das war leider das einzige. Ein Brenner. Ah, Moment. Ja. Also zumindest... Nein! So. Also, in die Richtung wird's was. Also, sie wird sich auf jeden Fall nur da durchbohren. Hm. Ach ja. Mal gucken, was die jetzt machen. Also, ich meine, die dürfen sich natürlich jetzt gerne auch einfach selber umbringen. So aus Langeweile würde ich total lustig finden. Ja, ja, ja. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Aber... Wollt ihr euch jetzt ernsthaft zu mir durchbohren? Die bringen sich gegenseitig... Die bringen sich wirklich um. Okay. Why not? Why not? Ähm, ich werde diesmal keine großen Wege machen. Nein! Nein, 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 nein! Boah! Ah! Okay, verstehe. Ähm... Ob das was wird? Eigentlich nicht. Eigentlich werfe ich... Nee, ich werfe mir eh nur wieder selbst auf den Kopf. Kenn ich doch schon. Leck-Raketen, ey! Good! Na dann. Ich tue mein Bestes. Ich schieße sie ganz weit weg, damit sie auch wirklich ganz viel... Ach man, ey, das ist nicht dein Ernst. Dumme Rakete. Okay. Beim nächsten Mal schieße ich sie also nach oben. Gut zu wissen. So, und du kommst zu mir. Doch nicht. Schade. Ich hab echt gedacht, du kommst zu mir. Was machen die denn da oben? So, ja genau. Du musst dich einfach, ähm... Weiter durchbrennen. In der Hoffnung, dass wir sofort gleich ankommen. Und ich glaube, sie werden mich gleich töten. Fast. Wenn sie dazu kommen. Sie kommen nicht dazu. Ich hoffe, dass sie mich nicht erwischen. Mir ist es jetzt nämlich echt zu spät eingefallen. Na! Was? Oh nein! Du schreist wie ein Mädchen. So, hab ich dir das mal gesagt. Ich weiß, du bist ein Mädchen, aber... Hey! Ach man. Hm, aber schon spannender, als ich dachte. So, also wir, ähm, haben keine Lenk-Raketen mehr. Hm. Mist. Ähm, Brenner brauche ich jetzt nicht. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Ich hab Angst. Also. Na, wobei, nee. Ich mach das ganz anders. Bevor ich mich da jetzt hochwaage, eventuell und eventuell verkacke, will ich das ganz anders machen. Und werde einfach, ähm, schon mal ein Loch da reinsprengen. Und mich einfach selbst... Nein, nein! Und mich einfach selbst in die Luft jagen. So wie immer. Dumm gelaufen! Ach man, oh. So. Ich glaub, da komm ich jetzt gar nicht mehr hin, ne? Hm. Wisst ihr, was ich jetzt gerne hätte? Ich hätte jetzt gerne ein Schaf. So ein Schaf wär jetzt richtig lustig. Ach man, oh. Hm. Ja gut. Dann. Granate brauche ich da gar nicht reinschmeißen versuchen. Weil. Die kommt mir wahrscheinlich wieder entgegen. Stoß. Nein. Das auch nicht. Hm. Clusterbombe, um Gottes Willen. Nein. Nein, 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 nein. Gut. Wir, äh, gehen auf Kamikaze. Ich mach auch nicht so doll. Nein, ich will doch weglaufen. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Mann, no. Okay, ein bisschen selbst hat sie sich angeschossen, aber... Er haut sich gleich die Hand vom Kopf. Hä? Ach, der hat jetzt gar nichts gemacht. Ach so, na denn. Ja, wer nicht will, der hat schon, ne? Ähm, mach ich das jetzt wirklich? Eigentlich nicht, ne? Ne, ich mach das... Ah, ich werd einfach mal... Ja, wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich kann so völlig auf Kamikaze gehen. Hui. Und, naja, fast. Ich geh auf die Nummer sicher. Ein bisschen. Ach, Mann, oh, ich kann hier... Oh. Wir hüpfen ein bisschen. Hui. Wir machen's wie die Gegner. Ich hätt mich doch da... Ach, bin ich doof. Ich hätt mich doch einfach da durchbrennen können. Ja. Ja. So viel dazu. Ja. Warum schießen die sich eigentlich nicht selbst ab? Also ich meine, okay, sie machen die ganze Zeit eh nur Blödsinn. Aber gut. So, jetzt aber. Passt mal auf, ja, Leute. Bäm. So, jetzt ist der Krieg... Der Krieg ist eröffnet. Und. Und, und, und. Verdammt. Also sie sind noch nicht tot. Noch nicht. Aber, da das glaube ich in den nächsten paar Minuten, wobei... Je nachdem, ob ich jetzt sterbe. Noch nicht. Hm. Ja, ich brenne mich da jetzt einfach durch, weil... Äh, ich hab eh jetzt nicht mehr so viel Zeit. Von daher. Hui. So. Ich hau dich. Komm her. Komm. Dragon Ball. Nein. Nein. Ich will doch... Och, Manu. Jetzt bin ich ihm noch voll in die Arme gelaufen. Geil. Ernsthaft? Dein Ernst? Okay. Dann kriegst du erst den Dragon Ball ab. Hiwi. Ich würde ja auch jetzt singen, aber ich kann nicht singen. Hui. Bam. So. Ja, kannst mich mal. Aber ich glaube, er nimmt mich jetzt... Nein. Ich hab nicht dran gedacht, dass er mich gleich mit in den Tod reißt. Ja, tschüss. Ach ja. Meine weiblichen, personalisierten Würmchen. Okay. Du bist ja mal richtig dumm. Bitte kommen, großer Vogel! Weil du kriegst jetzt mal so schöne Dynamitstange unter den Arsch. Und dann werde ich, glaube ich... Schnell weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Cool. Bist du tot? Ach, das waren sogar zwei! Öh. Cool. Tschüss. Jetzt hab ich nur noch einen, den ich erledigen muss. Der ist da hinten. Der ist so richtig blöd zu erreichen. Verdammt. Und ich habe nur noch einen Wurm. Mist. Achtung, Verkehr. Ja, ist aber kein Stau mehr, ist nur noch ein Auto. Nee, wobei in dem gar kein Auto mehr ist, Taxi ist ja tot. Also, ist der Verkehr für sich? Okay. Ja, okay, jetzt fallen mir so ganz viele lustige Sachen ein. Ja, wir befinden uns in einem verkehrsberuhigten Bereich, auf jeden Fall. Nein, der war doof. Äh. So, flieg hoch. Ha. So. Ich glaube... Oh, das war... Ich war, glaube... Ach, scheiße. Es war, glaube ich, ziemlich doof. Eventuell auch nicht. Ich versuche jetzt einfach mal, ganz... Banane... ... ... ... ... eine Granate da irgendwie hier rüber zu kriegen. Fuck. Mist. Ah. Das muss ich jetzt noch zu Ende spielen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, töte mich nicht, bitte. Ha. Jetzt wirst du was erleben. Eigentlich... Eigentlich müsste ich es jetzt hinkriegen. So richtig cool. Ihn einfach nur, ähm... ...ins Wasser zu schmeißen, oder? Komm. Geh mal da hoch. Ja, perfekt. Hi, 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 hi. So, und zwar... ...was tun wir jetzt? Hi, 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 hi. Und tschüss. Was war das? Hä? Ach so. Nein! Oh, Mann, oh. Ich denke, der schobst ihn. Das war doch nichts. Ja, und jetzt macht er das... Ja. Oh, cool. Es ist ein schönes 1-2-Combination. Okay. Alles klar. Dann... ...habe ich jetzt doch noch eine Chance. Gott, ey, das ist so knapp. Geil. Bitte kommen, großer Vogel! Ach ja. Zeit für einen weiteren Zug. Genau, und zwar... Was nehme ich denn da? Ich glaube, ich, äh... ...begleiche Gleiches mit Gleichem. So, und ich werde jetzt auch eine Mine unter den Arsch setzen. Nur, dass ich hier gar nicht mehr so schnell wegkomme. Nein! Oh Gott. Wuhu. Ich hoffe, er stirbt zuerst. Und? Oh Gott. Was für ein... Was für eine knappe Sache. Was für eine knappe Sache. Spring runter. Los! Nein! Und er hat einen Fallschirm! Nein! Nein! Ich habe verloren und so knapp. Okay. Ja. Aber es passt ja einwandfrei. Es war genau Zeit für eine Folge. Ich habe... ...drei Kapitel geschafft. Immerhin. Ich glaube sogar vier, oder? Das war das vierte, fünfte? Keine Ahnung. Ja, genau. Also, das fünfte habe ich nicht geschafft. Einwandfrei, um mich jetzt einfach von euch zu verabschieden. Ich hoffe, Zero geht es bald wieder besser. Ich werde nachher auf jeden Fall nochmal mit ihm schreiben und gucken. Aber er wird euch ja dann selber nochmal informieren. Huch! Ähm. Auf jeden Fall würde ich freuen, wenn ihr auch mal bei mir vorbeiguckt. Und bis dahin sage ich Bye Bye!